Gut, Fluxpompensator fluxuiert. Ja, also wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt und versuche euch so ein bisschen an die Hand zu geben, wie man an sowas rangehen könnte. Ich habe ja schon ein Texture Pack gemacht, das habe ich ja schon in der Folge 4 genau gezeigt und da gehen wir einfach mal rein und da habe ich ein bisschen was ergänzt. Hier geht es hier weiter, guckt euch das gerne, ich habe es auf dem i hoffentlich verlinkt, sonst einmal melden, dann kann ich das nachholen. Und hier haben wir bei den Texturen bei Block habe ich zwei weitere Texturen reingepackt, nämlich Black Chess und die ist im Prinzip schwarz. Aber ich habe da so ein bisschen was gemacht. So ihr seht das hier in diesem Blur von Earthenview oder Irrfanview wird das Ganze hier so ein bisschen, ja, Ich habe ja auch schon mal wieder marmorisiert gezeigt und das sollte so ein bisschen sein. Es ist aber ein bisschen pixeliger, also man kann es erahnen. Das Gleiche habe ich dann gemacht für die weißen Figuren. Die sollen sich ein bisschen so vom Spielfeld hier abheben und so ein bisschen texturierter sein. Das war so die Idee dahinter. Also habe ich hier zwei neue Texturen, die es so in Minecraft nicht gibt. Die muss ich wieder zuweisen. Ja, okay, wie machen wir das? Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt gehen wir nämlich erst einmal zu den Models. Bei Models habe ich einmal Block. Zu Item kommen wir später. Block. Und da habe ich schon mal Black Pawn und White Pawn. Und hier möchte ich einfach eine neue Datei machen. Das ist im Prinzip nur ein Platzhalter und zwar Rook. Also das wollte ich natürlich in White. White Rook soll es sein. Und dann natürlich die Endung. Das ist jetzt nur der Platzhalter und jetzt starten wir nämlich Block Bench. So, wir sehen hier Block Bench und hier habe ich schon mal den alten Bauern, den schwarzen Bauern schon als Modell drin. Das wollen wir gar nicht machen. Ich will ja zeigen, wie ich das von Scratch aus gemacht habe. Und deswegen gehen wir mal hier auf Java, weil ja war Block und Item und Create New Model. Hier können wir dann einfach das eingeben, was ich schon im System eingegeben habe, in der Datei eingegeben habe. Dann gehen wir natürlich in klein, White Unterstrich Rook, weißer Turm, 16x16 Texture und wir bestätigen es. Dann gehen wir hier auf Texturen und importieren aus unserem Ordner genau da, wo wir die Textur vorhin im gleichen Ordner von unserer Datei ist. Da holen wir die her und machen hier zum Beispiel White Chess, öffnen das und dann haben wir hier die Textur. Dann fangen wir an, haben wir hier einen Knopf. Da steht Add Cube und damit können wir unseren ersten Block hinzufügen und den können wir hier verschieben. Das ist diese Funktion oder zum Beispiel verändern in der Größe. Und ich fange einmal an und mache einen Block 10x10. Moment, das müsste so sein. So und dann einmal drehen. Das müsste so sein und einen Block hoch. Genau. So und dann versuche ich das Ganze nochmal zu verschieben. Da sehen wir es dann gleich, ob es auch wirklich passt. Dann müsste nämlich an jeder Ecke, natürlich habe ich es nicht richtig gemacht, müsste an jeder Ecke nämlich drei Blöcke frei sein. Genau so sollte es dann aussehen. Und dann könnten wir einmal drücken Apply to Elements, also rechte Maustaste auf die Textur. Apply to Elements und automatisch wird unsere Textur hier übertragen. Jetzt können wir hier noch wählen, welcher Teil sozusagen der Textur wo irgendwie zu finden ist. Ja, und können das ein bisschen dadurch noch ein bisschen variieren. West, South, East und North haben dann unterschiedliche Texturen. Gut, und das Ganze mache ich jetzt mit den nächsten Blöcken auch. Also es gibt einen neuen Cube und den schiebe ich mir wieder in die Mitte. Dann ein bisschen nach oben und dann resize, also resize ich den ja in Neudeutsch. Und damit das nicht so langweilig ist, beschleunigen wir diese ganze Funktion einmal ein bisschen. Und ihr seht dann so in einer Schnellbau-Speedaufnahme, wie ich hier diesen Turm entwickle. Musik 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 Wunderbar. Und damit haben wir eigentlich unser Model und jetzt gibt es noch hier die Funktion Display. Und da seht ihr, wie soll das aussehen, wenn die Figur in der Hand gehalten wird. Und da können wir zum Beispiel an der Scale arbeiten, also an der Größe in der Hand. Und ich weiß nicht, ob es wird 75, ob das eine gute Idee ist, ob das so gut aussieht. Vor allen Dingen ist wichtig, wie sieht das Ganze beim Amor Stand aus, wenn ich es auf dem Kopf trage. So und dann aber beim Amor Stand. Und da müssen wir das einmal ein bisschen, man kann es rotieren, so, so und so, wie man das gerne möchte. Man kann das nach links und rechts schieben. Man kann es nochmal in den verschiedenen Größenordnungen verändern und ich würde auch hier 75 machen. Oder? Ne, eigentlich nicht. Eigentlich müsste es hundertprozentige Blockgröße sein. So, dann haben wir hier aber die normale Null. So, 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 so. Jawoll. Das ist schon ziemlich optimal. Ja, so lassen wir das dann. So haben wir eigentlich im Prinzip jetzt alle wichtigen Werte hier fertig gemacht. Von dem Block und können jetzt das ganze Ding einmal exportieren. Das machen wir, indem wir hier auf Edit zurückgehen. Dann gehen wir hier auf File und dann Export Block Item Model. So und jetzt gehen wir nämlich hier hin und nehmen dieses, was wir vorbereitet haben. White Rook JSON und speichern das genau als das dort. Speichern. Ersetzen. Fast. Fertig. So. Okay, dann gehen wir mal dahin. Okay, wir sehen hier in der Datei ist alles Mögliche eingestellt. Da, wie ist unsere Textur? Von wo bis wo? Welcher Block? Welche kleinen Blöcke sind irgendwie wo eingestellt? Und so wird das Model hier repräsentiert. Und er zeigt uns im Prinzip hier, wo sind die die Block Models? Okay. Okay. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie gucken, wie bekommen wir jetzt das hin, dass wir auch diese Blöcke in Minecraft bekommen. Und da gehen wir einen kleinen Umweg, weil wir es ja nur auf einem Amor Stand brauchen. Haben wir da haben wir da Glück, dass wir das nicht so als Block brauchen. Dann wird es nämlich ein bisschen komplizierter. Wir können nämlich einfach in Minecraft gehen, gehen dann auf Models Item genau und haben da Glow Item Frame JSON. Und unseren Leuchtrahmen, den benutzen wir jetzt. Und ja, dem geben wir jetzt nämlich Custom Model Data. Und so können wir jetzt hier in das Texture Pack auch weiter reinschreiben. Hier bei Overwrites Predicate Custom Model Data und geben dem eine neue Nummer. Okay, ich kopiere das einmal, füge das hier ein und so kann man hier bei 102 als Custom Model Data, kann man sagen, wir brauchen hier einmal White Unterstrich Rook. Gut, und wie wir jetzt das Item in Minecraft bekommen, das zeige ich euch jetzt. Um das Item zu bekommen, gebt ihr ganz einfach den Command ein, den ihr hier unten im Rand seht, GIF und so weiter. Die Nummer hinter Custom Model Data gibt dabei an, welche Figur genau ihr haben wollt. 100 ist beispielsweise der weiße Bauer oder 107 der Springer in Schwarz. Natürlich könnt ihr genauso gut das Model als Kopf auf einen Amor-Stand setzen. Ein Beispielbefehl dafür findet ihr in der Videobeschreibung. So Mel, jetzt hast du die Augenbinde abgenommen und auf 3 darfst dich umdrehen und dann siehst du, wie die Figuren aussehen, die ich gezaubert habe. Okay? Okay. Eins, zwei, drei. Und umdrehen und gucken und gucken und. Wow, nice. So, wollen wir mal gucken. Die sehen ja wunderbar aus. Ja, nicht wahr? Hier, das ist der Läufer auf Englisch. Er kenne ich sofort. Ja, genau. Bishop, genau. Hier der Springer. Da bin ich besonders stolz drauf. Ich finde diesen sehr schön gelungen. Der weiße kommt im Kontrast jetzt im Video viel besser rüber. Ja, weil er so einen Schattenwurf hat hier, ne? So ein bisschen. Stimmt, ja. Der macht sich gut zur Geltung. Der macht sich echt gut. Ja, das hier ist der König. Ja, nice. Den muss ich nochmal drehen. Der, das Kreuz ist hier leider in der Orientierung falsch hier. Das kriegen wir noch hin. Das drehe ich nochmal im Data Pack, äh Resource Pack. Und der weiße König. Genau. Hier die Bauern. Die Bauern. Weiß. Kleiner, aber fein. Ja. Kann man auch super als Pöppel verwenden fürs Mensch. Ärger dich nicht. Kann man auch. Der Turm. Ich habe erst den Turm etwas klobiger gebaut, aber ich finde diese Version viel, viel schöner. Ist etwas kleiner, etwas bescheidener, aber dafür etwas Minecraftiger. Finde ich, ja? Ja. Sehr elegant. Und das ist der andere. Warum auch immer. Der eine weiße, der nicht schwarz ist. Moment. Model Data 2. Ja, man muss auch richtiges Model Data eingeben, ne? So ist es nämlich. Dann geht man das Model Data hier ein. Fertig. Und 103 ist der schwarze Turm. Da haben wir ihn. Wunderschön. Ich habe die Texture noch extra angelegt. Ich meine, ich hätte auch, ähm, den, äh, Konkrete, äh, Powder nehmen können. Aber ich habe extra so ein eigenes gemacht, damit man noch einen Unterschied sehen kann zu denen. Und hier die Dame, die mächtigste Figur. Und ich finde, sie sieht auch sehr mächtig aus. Mhm. Hier mit dem kleinen Pinöpel hier oben drauf. Die Krone. Doch sehr schön. So wie ein kleines Teufelchen, so mit den Hörnern. Richtig. Habe ich mega nice, wie du das gepixelt hast, wie die Blöcke so dastehen. Echt nice. Ja, das hat auch viel Spaß gemacht. Hätte ich nicht den gekriegt. Hat auch viel Spaß gemacht. Das, äh, habe ich wieder eine Menge, äh, auch dazugelernt. Genau. Und so verwenden wir die ja auch, ne? Minecraft, ähm, Amor Stand und oben als Kopfbedeckung oder als Kopf die Figuren und so werden die ja dann eingefügt. Hier unten in unser System hier auf dem Honigblock. Genau. Ja. Super. Okay, cool. Und, äh, ja, mit dieser wunderschönen Präsentation, und, äh, ich hoffe, es gefällt nicht nur mir und Meliodas, sondern euch auch, setzen wir hier einmal einen Punkt. Und dann, ähm, sagen wir erstmal, ähm, mach's gut. Bis bald. Und? Und tut nicht das, was ich nicht auch tun will. Richtig, du sagst es. Tschüss. Tschüss.